einen wunderschönen guten hallo meinen lieben dann freundlich auf youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge zaubertausch zusammen mit dalukat baluji und miri von heute das prinzip hiervon ist einfach wir haben jetzt sechs pokémon die wir tauschen müssen und zwar per der zaubertausch funktion also eine wunderttausch variante das worden schilddinger hier zaubertausch und wir müssen damit später ein dreier team für einen tag team kampf zusammen mit unseren kollegen fertig machen und damit die gegner umbringen oder sie umbringen ist ein bisschen der letzte kampf war schon umbringen der letzte kampf war sehr sehr mimwürdig ja da hatten wir gute sachen dabei ein sehr schönes gedöns wir sind jetzt eigentlich nur um warten ob wir was kriegen oder nicht weil das interessant ich sehe gerade in meiner freundesliste tauscht auch gerade jemand die ganze zeit extrem zaubertausch ja ich habe gar keine ansprüche ich krieg das von mir es ist spaß damit danke ich wollte hat echt kein goldra bin ich ehrlich bin moment habt ihr habt echt ging mal geteilt ein auto wenn das große mir gibt dass ich habe schon ein richtig gutes irgendwas machen wir falsch also auch als richtig das erste pokémon liegt schon richtig vor oder aber gerade auch beim letzten mal da war auch das erste war schon danach kam auch nichts großartig bei mir ist es auch richtig krass an aller stelle würde ich direkt aufgeben was hat sarah denn da links gefunden das sieht nach einer dynamex form aus die ich noch nicht kennen ging da wahrscheinlich wenn du hattest du so eine dredlock frisur nee das wäre ich würde eher sagen das war einer von den legendären hunden mit einem mast am ende du magst ihn eigentlich nicht also willst du willst zumindest nicht zugeben dass du ihn magst ja der film ist niedliche ist niedliches pokémon ja nein mir die hat ja auch die klatschen weg mit ihm weg mit ihm weg ja kann sein das war das aber in einem anderen spiel teilnehmen kann nein nein das lassen wir nein mir ja das ist gerade nicht ganz so schlecht was ich kriegt habe bisher okay bei mir schon da hallo was ist ein lugia ja das ist eine so ein komisch großer weißer vogel was ist ein youtube ist das stark ist taubers gut weiß nicht ne mu ist besser uuuh ich finde es super interessant dass wir das jetzt schon zur vierten folge machen und ich wieder viermal ja pokémon das entwickelt sich nach dem trade ist das dann der lauf ich würde so lachen wenn das ding jetzt mit absichten ewig stein getragen hätte wie kann das denn sein dass ich weiß dass dieser baum stimmt also ich finde es also was ich kann sagen wollte wir machen das zum vierten mal ich finde es klasse sich wirklich komplett nur unterschiedliche bekommen habe ja spielst du mal noch ein paar hundert mal mehr und dann wird die starter kriegt man relativ häufig finde ich bekommt man also öfter hier gold raf ja 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 der war dabei ja bei der im competitive ganz krass oben steht bei den scheinen ja doch cooles das war sie nicht den habe ich noch nicht entscheiden aber da wird irgendwann auch ein ich bin noch auf barsch war du bist immer noch zu hören jedes einzelne mal und kann man das irgendwie verwenden ich habe das ganze gar nichts endlich ich habe ich habe ich kein mist gekriegt dass ich habe starter der letzten generation gekriegt wie der letzten generation ist das ein filmtitel von star wars der starter der letzten generation ich benutze ja nicht aber die länder in den rockball ist aus welcher generation war schon 56 in die richtung oder ne rockball ist sonne mond glaube ich nicht ja meine ich doch mir ist das ist ja ja ist das für sie haben europa starte gekriegt okay ich tausche auch die ganze zeit bauts rum also von dem her erst im total starte das illegal illegal die lalala 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 bis reolo du hast uns gute dienst der wiesen bis lichtl das gleiche pokémon jetzt bekommen wirklich genau dasselbe also das gleiche nein aber gut das heißt auch gleich aber ich glaube dass der japanische name und gerade jetzt suchen wir noch das letzte pokémon das was ich habe gegeben habe habe ich auch bekommen ja das ist immer goldini weggegeben und das war nicht so geil hast du mir da anbringst nicht entscheiden so viele gute dabei ja schon fertig ich bin noch kein level einsam bekommen ich habe vier level einser auf jeden fall noch mal mitgenommen du bist auch interessant du bist definitiv auch dabei ich nehme auch einfach alle mit dass eine gute idee jeder sechs was glaubt wie lange dann so ein kampf dauert da kann man nur nicht so okay dann schauen wir uns mal die katastrophe an schau euch das mal an das hier nehmen wir mit das hier mit ich mache das easy das heißt 260 260 guck mal das kann attacke damit kommt ins team damit hat sich schon qualifiziert mehr muss man nicht können als attacken bin begeistert gut wenn wir sagen wir stellen jetzt alles ein und dann sehen wir gleich im kampf wieder jetzt ist gleich so weiter geht's auf geht's team auswählen und dann ab in die schlacht hoffentlich nicht zu sagen ich könnte auf kampf beginnen drücken ja da kannst du auch noch drücken da passiert ja nichts genau kommt beginnen habe ich auch gedrückt auch so weit bin ich noch gar nicht jetzt wer von euch hat gute pokémon wer will mit mir kämpfen so ich bin auch fertig auch so ich bin jetzt fertig und mache jetzt die augen zu und ich jetzt okay schwarz wir wollen wir doch mal schauen die feuerarena das stimmt am evoli man da wird gekontert hagel alarm ich habe drei stück items du hast drei wohin genaus wie dreimal wohin genau ist verboten im competitive das ist nicht okay ach du scheiße drei wohin genau der göttlichste teil der welt es regnet schneit es schneit besser als im wahrnehmen das hat es verdient denke ich aber auch gute nacht hast du konnte eingesetzt sag mir bitte das konnte eingesetzt okay au ich konnte eingesetzt hä was ist das jetzt das ist dann derjenige der dich angehalten okay das ist aber eine traurige geschichte dass der dreimal konter also sagen wir mal so ich habe davon nicht gewusst dass ich aui angriffe habe nein nicht mich töten nein nicht mich töten dunkelklau auf dich könnte problematisch sein hoffen ein der konnte kannst du nicht mehr einsetzen wenn du tot bist doch dass die ratten und sie verbuddelt traurige geschichte aber das war mein angriff noch oder was weil es sind nicht sie nur japanischen namen schade dass meins nicht ging ich habe abgangsbund das hätte vorher einsetzen gut ich bin ich vorher dran gewesen ja 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 eine runde vorher macht man das auch eigentlich auf pokémon die schneller sind der moment hätte ich eine runde vorher eingesetzt hätte ich trotzdem verloren du hast du nicht dreimal ich würde immer noch interessieren warum mein platz was soll das schon wieder das pokémon der buddelt sich übrigens gleich aus und macht mir dann ziemlich viel schaden der evo liegen die günstern da hallo das ist halt einfach nicht okay ich möchte das bitte nicht dunkelklau ist echt wow vor allem macht ihm schon ein cooles pokémon das ist unser aber du machst das scheiße gegensatz zu mir eine gute idee vor unser ganzes team jetzt hier auch eine rückzug hiep bestimmt denke auch das kann man schnee bedecken rückzugeben aber vielleicht bin ich ja wirklich noch schneller als einer von denen ja glaube ich nicht dunkelklau ist super fast schade ich bin übrigens nicht sehr effektiv gegen die pflanze mit meinem schaufler ne deswegen habe ich auch nicht angegriffen ah klar okay ich bin aber auch frost ja aber auch pflanzen ah nein das wäre ja normal gewesen ich habe mich schon gefreut ich habe mich schon gefreut ja ja so was haben wir jetzt noch da wir haben noch so ein komisches eboli ne ja lass doch mal wegtreten aber das lieber gucken das film bei louis weg weil warte was hallo warum ist das jetzt auf unserer seite jetzt bin ich ja das haben sie verlaufen was machen wir denn jetzt also wir gehen also lass uns trotzdem auf balui gehen nein lass uns nie auf balui gehen finde ich sehr gerecht weil evo die ist super gefährlich evo die ist crazy shit habt ihr evo die gesehen es sieht böse aus ja nein geht auf evo die blind presse alter der hat ja nur einen wrestling namen der luchadore das ist ja auch ray mysterio vogel alter ja das reichen na klar da kommt doch der schaufler ja bämm komm jawoll hp wäre noch drin gewesen ey evo die evo die regelt ich hab gesagt evo die mode oder sowas ah schade kein hagel mehr oh wie traurig genau traurige geschichte endlich mal eine bildqualität davor sah das so aus als wer weiß das sieht jetzt ganz blau aus oh na oh was ist das gruselig ihr seid gruselig dann hast du mal evo die du findest evo die gruselig also das finde ich jetzt auch nicht okay von dir das finde ich seltsam machen wir das jetzt mir mir ich brauche immer 2 ich finde man da du kann weg es haben wir nur noch ein pokémon da stehen also ich kann evo die one hitten egal aber ja evo die ist langsamer ok ja aber ich bin schneller als sie das bezweifle ich wenn du es weißt dann machst aber ich glaube es nicht ich bin der meinung ich bin schneller als evo die evo die auch wieder sehen wir auch endlich mal ändert sich aber nicht das war knapp fast hätte ich dich gehabt das ding guckt wie bei louis das finde ich halt ja ich finde auch die orme auch schon so lange weil er so alt ist oder sie nicht mit facecam aufnehmen ist das stahlflug ja ist das ärgerlich ist das ärgerlich krank hihihi klingst ja angst ruft ihr schon nach eurer mama mamaática captain lolli wissen wie sie geht saint das hat ist gar nicht verdient worum ben ich denn ich habe da alle meine drei pokémon waren die langsam Testament empfl Animals aber fies nach schade das hätte es jetzt auch überleben können ja aber lucia da weg mein letztes bitte irgendwas normales ist das letzte irgendwas normales planers als seine pflanze oder nicht so bad ist sogar eine entwicklung ich meine es ist ein pflanzen unlicht ich bin mit allen angriffen gut gegen dich am meisten schaden macht aber der könnte ich glaube ich weiß nicht ob das in zwei runden angriff ist du musst auf jeden fall alleine jetzt gleich action machen ja ja action action gramm woks machen also hier kramschiff was auch immer das ist da hast du den vogel geboxt habe ich genau gesehen aber lucia leuchtet grell ich bin gar nicht weg mit dem himmelsfeger okay pflanze und stahl vor mir eigentlich optimal gefällt mir auch nicht so ganz ich muss ja sagen ich bin ja sehr unglücklich darüber dass ich wahrscheinlich langsamer bin als hier warum ist das wie das schnellste die rüstung die verfehlen die verfehlen ja wohl kommen das gibt es nicht ja oh wir sind noch im red jetzt bocky es ist gut das ist mein naruto gewesen oh naruto du planers nee nein nein planer ist eine dumme idee planers planers ist so wie nennt sie das entflammen holterknecht geht nicht nein ach komm schon Katze nein ach fuck mal kurz weggepeicht nein das sieht nicht gut aus das sieht gar nicht gut aus hat mich der fuchs gerade angefasst er hat er hat gerade angefasst er hat gehauen hat der fuchs mich gerade also ne also dafür kriegst du jetzt wirst du dauerflambiert also da habe ich kein interesse dran das ist nicht nett er hat mich berührt er hat mich angefasst uneinvernehmlich möchte ich dazu sagen guck mal er macht das nochmal okay ab in den feuerwirbel das ist nicht nett oh 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 sah erst einigermaßen gut aus aber dann nein dann kam der feuerwirbel oh oh aber er hat überlebt also er hält sich gut ja also weißt du was ich mit solchen tieren mache die mich anfassen ohne dass sie es dürfen noch mal ruckzuck auf katze ha 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 du wirst jetzt noch richtig eingeklammert du wirst zusammengetackert jetzt guck dir das an oh das weiß hat gecritted sogar ja hier jetzt kommen wir noch zusammengetackert oh oh schade d 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 äh ja toll mit fünf pokémon lang gekämpft oh man Leute das war ein interessanter Doppelkampf Multikampf Zauberkampf ich hoffe es hat euch gefallen schaut auf jeden Fall bei den anderen Leuten auch mit vorbei diese Runde geht an uns damit steht es 3 1 ne krass Leute schaut bei den anderen vorbei schaut euch gerne auch die anderen Kämpfe an wir sehen uns machts gut und bis dahin erstmal tschau 民ennhhh j czy real. a k 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 Vielen Dank.